So, der letzte wilde Wert. Ich ziehe jetzt mal einen von ganz hinten. Wohlstand. Ein sehr schöner Wert. Also mag ich gerne. Wohlstand ermöglicht mir tatsächlich, meinen Kindern Dinge möglich zu machen, die es ohne Wohlstand nicht gibt. Also beispielsweise mein Sohn möchte jetzt nach Japan für ein halbes Jahr zum Schüleraustausch. Ey, das kostet mal richtig Geld. Da dürfen wir echt mal irgendwie Wohlstand haben. Oder eins, was mir sehr wichtig ist, oder was ich mir einmal jetzt an Weihnachten ermöglicht habe, zum ersten Mal, ist an Weihnachten nicht zu Hause zu sein, sondern wegzufahren. Es war jetzt nur Südtirol. Ich träume noch von unter den Palmen zu Weihnachten. Und dafür braucht es Wohlstand.